Wir haben hier vier Tage lang die Maker Days im Bad Reichenhall durchgeführt. Erstmalig, also für Kinder. Die HIT-Stiftung hat uns toll unterstützt. Jetzt ist einmal die erste Frage, warum unterstützt uns die HIT-Stiftung und wer seid ihr? Okay, also die HIT-Stiftung ist eine Stiftung einer Unternehmerfamilie aus dem Rheinland und Unternehmer finden es, glaube ich, immer gut, wenn Kinder und Jugendliche anpacken, selber was machen, selber was auf die Beine stellen, kreativ sind und bei all dem, das ist ja letztlich die Kernidee von den Maker Days auch und deshalb war das für uns ein ganz, ganz spannendes Thema, was ihr hier auf die Beine stellt. Ja, es ist hier viel gebastelt worden, viel gewerkt worden, auch kreative Dinge geschaffen worden. Man hat sich auch persönlich überzeugt, dass das tatsächlich hier voranstanden ist. Was nimmt man mit, was waren die schönsten Eindrücke hier? Also etwas, was ja normalerweise immer so stark voneinander getrennt ist, weil man dann sagt, das sind die alten Sachen, wenn man mit Holz arbeitet oder so und die neuen Dinge heute mit den digitalen Medien. Aber dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass man sich das raussucht als Kind oder Jugendlicher, was einen gerade interessiert und dass die Sachen doch schon was miteinander zu tun haben. Ja, es ist angeklungen, die HIT-Stiftung ist für Unternehmen und denkt auch darüber nach, also wie Kinder oder auch Jugendliche ausgebildet werden. Was kann man mitnehmen jetzt aus Sicht der Stiftung und wie könnte man das weiter auch nutzen? Also ich glaube, diese ganze Maker-Bewegung ist ja erst so im Entstehen im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, dass man jetzt einfach in den nächsten Monaten, wir unterstützen auch noch ein paar andere Pilotprojekte in Köln, einfach schauen muss, wo sich das ganze Thema hinentwickelt. Und ich glaube, für uns ist ein ganz wichtiges Thema, wie sich einfach in Zukunft die Arbeitswelt verändert. Und ich glaube, da passen solche Maker-Aktivitäten super gut rein, weil da wird es einfach in den nächsten Jahrzehnten sich noch viel mehr ändern, als wir das schon aus der Vergangenheit kennen. Und da braucht man Neugier und Kreativität. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die hier ganz stark geschult wird. Sie waren ja am ganzen Nachmittag auch selbst dabei, haben mitgemacht. Was nehmen Sie persönlich jetzt mit? Was haben Sie gelernt? Ich kann auf jeden Fall ein bisschen besser Origami falten, als ich das vorher kannte. Damit habe ich nicht gerechnet. Lustigerweise war ich vor einigen Monaten in einem anderen Fab-Lab, da musste ich auch Origami falten. Also dementsprechend habe ich auch schon einen Fortschritt gemacht. Also es ist so eine kleine neue Fertigkeit. Okay, ich glaube, also vielen lieben Dank nochmal für die Unterstützung. Ja, gerne. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.